Olambrez, Mammu Gamma For, Le Mable Espanol, Nisaguto, Combo, Yes, Da! Oh mein Gott, ich hab halt absoluten Equip-Nachteil gegen den... Jetzt sieht's ein bisschen besser für mich aus. Und ich hab halt noch das gute alte Firespec-Schwert. Ähm, bitte fall nicht runter, du hast trotzdem noch ein bisschen besseres Equip als ich. Oh mein Gott, ich hab den gezogen, das find ich ultra nice. Ähm, so. Ich habe etwas Toodles in den Titel geschrieben, nämlich... Also, ich weiß noch nicht genau, was ich... So eins zu eins, was ich in den Titel geschrieben haben werde. Reißen tun, machen, nennen. Ähm, ich weiß aber schon mal, das ist, ähm... Etwas... In die Richtung sein wird, wie... Auf dieses Paket habe ich sechs Monate gewartet. Das liegt daran, dass ich heute endlich mein, ähm... Aua! So, vielleicht wird diese Runde etwas besser. Ähm, ja. Also, ich habe vor... Ähm... Wie lang ist das jetzt her? Ja, ähm... Wie lang das her ist, weiß ich, aber... Es war November. Ja, das muss November gewesen sein. Da habe ich mein Rode NT1A bekommen. Das war sehr toll, der Tag. Ähm... Allerdings hatte ich, ähm... Schon damals keinen, ähm... Stativarm. Und der hat mir so ein bisschen gefehlt. Oh, Fotze. Und als... Und ich kriege den jetzt nicht. Ist es sein Ernst? Diesmal wird es vielleicht kein Fail. Ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass es diesmal hinhaut. Und meine Krümpel mir etwas Ähnliches mitteilen. Ähm... Naja, wie dem sei. Ähm... Ich habe mir dann ziemlich schnell hinterher einen, äh... Mikrofon-Stativarm bestellt. Ähm... Weil mir von Anfang an klar war, dass der ganz hilfreich ist, durchaus. Ähm... Und ich ein bisschen genervt davon war. Ich habe das jetzt ein halbes Jahr lang an einem Stativ stehen gehabt. Also mein Vater hat zu Hause so Kamerastative. Und da hatte ich das dran geklatscht. Ähm... Tatsächlich ein halbes Jahr. Ähm... So, aber die haben es inzwischen mal hinbekommen. Wow, Digi, Props an dich. Äh, Lul. Hackt der? I'm not sure. Auf jeden Fall, äh... Wenn, dann hat er gehackt. Okay. Warte mal, das... Fire Aspect wird jetzt hackenbläht. Ähm... Naja, auf jeden Fall. Ähm... Hatte ich das bestellt. Und... Ja. Hat nur ein entspanntes halbes Jahr gedauert. Als ich das Dezember bestellt... Äh, November bestellt habe. Hieß es schon, dass es wahrscheinlich nicht mehr vor Weihnachten kommen wird. Da dachte ich mir auch schon... Äh... Hallo. Wenn ich das jetzt bestelle, dann soll es einfach mal vor Weihnachten kommen. Ist es so schwer zu kapieren. Und... Pearl... Bitte, komm mal. Die kommen nicht ernsthaft an mich. Aua. Auch wenn nicht, das ist ja kein richtig krasses Gameplay war. Hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr ultra gerne mal Like, Abo droppen. Und... Wenn ihr... Ähm... Wenn ihr bis jetzt dran seid, dann schreibt mal... Wake me up. In die Kommis. Wie immer. Spotify Playlist hilft aus. Ähm... Ja, perfekt. Das wollte ich genau machen. Ähm... Ja, also. Und ihr könnt mal ultra gerne bei mir auf Twitch etc. vorbeischauen. Bis dann. Ciao.